Frau Schläger, herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Change Award 2021. Lassen Sie uns gerne auf das Gewinnerprojekt schauen. Wie hat das Projekt begonnen? Was war der Auslöser für dieses Projekt, der Antreiber? Herzlichen Dank für die Glückwünsche. Der Antreiber war damals, als ich nach Wandsbek gekommen bin, wusste ich, dass wir dort Veränderungen initiieren müssen, die sehr grundlegend sind. Und das tatsächlich nur funktionieren würde, wenn wir auch die Mitarbeiter da entsprechend mit für begeistern und sie daran mitwirken und aktiv in dem Projekt sein werden. Wenn Sie so zurückschauen auf den Beginn des Projekts, was war da zu dem Zeitpunkt Ihre Vision? Vom ersten Tag an, als ich in der Klinik angefangen habe, habe ich wahrgenommen, was tatsächlich für ein großes Potenzial in dieser Klinik steckt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hoch motiviert und gehen jetzt schon die extra Meile. Und mir war wichtig, dass das tatsächlich auch sich in den Ergebnissen zeigt und am Ende auch nach außen wahrnehmbar wird. Weil ich wusste, dass das da schlummert und wir das entsprechend auch wecken wollten. Jetzt würde ich sagen, haben Sie eigentlich einen sehr innovativen Ansatz bei diesem Projekt gewählt, wenn man das Change Management sich ansieht. Auf der einen Seite systemisches Change Management, weil Sie sozusagen die Lösung für die Herausforderungen, die Sie tagtäglich begegnen, im System finden. Und auf der anderen Seite, weil Sie die DNA des Unternehmens in der Teamstruktur abgebildet haben. Wie war die Teamstruktur oder wie ist die Teamstruktur? Das Themenspektrum in der Klinik, was wir bewegen wollten, war sehr vielfältig. Deshalb haben wir versucht, die Themen zu clustern in fünf Teams, die gemeinsam diese Sachen auch bearbeiten. Da gab es das Team Kommunikation, Team Menschen, Team Strukturen und Prozesse, Team Zahlen und Team Portfolio, um dort darüber letztendlich die einzelnen Themen zu steuern. Und diese Teams sind interdisziplinär besetzt und die Kolleginnen und Kollegen arbeiten unabhängig von Hierarchien auf Augenhöhe miteinander, damit entsprechend auch wirklich viel daraus entstehen kann. Das heißt, Sie haben im Prinzip da auch Ideen von New Work einfließen lassen. New Work ist ja ein aktuell viel diskutierter Begriff, der eigentlich schon in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts geprägt wurde, von Friedhoff Bergmann. Und der hat gesagt zu New Work, New Work ist dann, wenn die Menschen das tun, was sie wirklich, wirklich wollen. Und so wie Sie das beschreiben, passt das eigentlich sehr gut zu dem Projekt. Mein Ansatz war zu schauen, wie viel an New Work können wir in so einem Projekt auch umsetzen, weil das natürlich im Gesundheitswesen jetzt noch nicht so etabliert ist. Aber zumindest die Ansätze, die man in dieser Projektarbeit mitnehmen kann, die waren mir wichtig, dort zu implementieren und auch zu leben, vorzuleben, dass wir das genauso machen, weil ich davon überzeugt bin, dass die Lösungen für sehr, sehr viele Themen im System selbst stecken. Sprich, wenn wir die Expertinnen einbinden und nach Lösungen fragen, dann lässt sich darüber wirklich eine gute Struktur und gute Ergebnisse erzielen. Und ich glaube, es ist sogar noch mehr als das, noch mehr, was zu New Work passt, weil New Work, wie gesagt, das tun, was man wirklich, wirklich will und auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, das passiert bei diesem Projekt ganz offensichtlich. Das ist ein Projekt, das offensichtlich auch die Unternehmenskultur sehr stark beeinflusst. Wie haben Sie das wahrgenommen? Wie hat sich die Unternehmenskultur verändert durch dieses Projekt? Das ist natürlich schwierig, dass ich das aus meiner Position heraus beantworte, aber ich nehme wahr, dass wir in der Klinik jetzt eine Offenheit haben, Themen tatsächlich anzusprechen und auch mal darauf hinzuweisen, das Projekt lebt davon, dass Ideen auch aus der Klinik noch zusätzlich ergänzt werden. Und somit haben wir es, wir sind auf einem guten Weg, die Unternehmenskultur tatsächlich in der Klinik so zu festigen, dass das weiter Bestand hat und weiter lebt. Und wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, wie wird das Projekt weitergehen? Ist das möglicherweise ein Modellprojekt, was für andere Kliniken auch genutzt werden kann? Es würde mich freuen, wenn es am Ende ein Modellprojekt für andere Kliniken sein kann. Aus meiner Sicht entsteht Entwicklung nur, wenn Veränderungen auch passieren, sonst ist das nicht möglich. Das heißt, Reset Once Big ist gelebter Change in der Klinik. Und die Projektstruktur an sich ist auch in einem Wandel, sodass wir jetzt auch aktuell gerade aufgrund der Pandemiesituation die Arbeitssituation etwas angepasst haben, sodass wir eine kompaktere Struktur haben, sodass die Themen schneller bearbeitet werden können. Und es dennoch aber Bestandteil des Veränderungsprozesses in der Klinik bleibt. Vielen Dank für den Überblick über das Projekt. Ich freue mich sehr, dass mit dem Deutschen Change Award gemeinsam auch noch ein Stipendium verliehen wird vom IOM, dem Institut für Organisation und Management der Steinbachs Hochschule. Das heißt, einer ihrer Mitarbeiter, ihrer MitarbeiterInnen wird im nächsten Jahr teilnehmen an dem Zertifikatslehrgang und wird die Teilnehmenden teilhaben lassen an den Erfahrungen dieses Projekts. Und darauf freue ich mich schon sehr. Vielen Dank. Danke auch. Danke auch. Danke auch. Danke auch. Untertitelung des ZDF, 2020